Herzlich Willkommen im Autohaus Fürsthal in Bruckanamur-Obereich. Elektromobilität ist in aller Munde. Das neueste Pferd in unserem Stall für Sie, der neue Polestar 2. Der Polestar 2 ist ein Fahrzeug aus der Elektromarke von Volvo. Neueste Technologie, rund 300 Kilowatt Leistung mit einer 78 Kilowattstunden Batterie, allradgetrieben, in einer High-Performance-Ausstattung. Ein Elektrofahrzeug, das die Herzen höher schlägen lässt. Lassen Sie sich bei uns elektrisieren und besichtigen Sie den neuen Polestar 2.